Hey Leute, Willkommen zu einem Video. Wir spielen mit der Kopfschüttel Modern Warfare 2, 1 vs. 1, also 1 vs. 1, gegen den lieben Iceman, Sniper, und denk mal, es wird wieder eine schöne Runde. Was? Was? Von wo? Das weiß ich auch nicht. Lel. Lel. Ah, hinten beim Container kam er da schon wieder rum, ey. Lass mal werfen, mein Morpherr ist erst nicht angekommen. Das hat die Granate weggeworfen. Lacki. Da ist richtig Glück, dass meine Mehl-Attacke dabei nicht funktioniert hat. Richtig. Mein Messer steckt schon bei dir. Echt? Jo. Alter, du hast mich fast getötet mit der Granate. Junge, ich hab die gegengesetzte Richtung von dir geworfen. Wenn du immer ein ganzes Fett fett, kann ich auch nichts dafür. Oh, die Edge nicht getroffen. Oh Mann. Ich hab die Edge. Wie, ich spawn direkt neben dir. Hä? 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 Ja, dachte ich auch gerade. Hä? Hä? Was? Hä? Hä? Alter, wo campst du denn, Junge? Wieso campen? Ich renne durch die Map, und du schleifst von einer convenience zum anderen. Gammelst du denn schon wieder? Hast du wieder gesehen? Jetzt ja Nein, ich bin hängen geblieben Wissen wir, man konnte sich auch nicht gut bewegen Ha, ha, ha Disrespected Du bist wieder ganz nett zu mir, ne? Was? Das war ein Ausgub, oder? Ja Oh Gott, Alter So muss das, ne, Lenno? Du meinst Hardscope gegen, naja, halbes Hardscope gegen Quickscope Hä? Das war kein Hardscope Das war auch kein Quickscope Ja, versuch, da war ein bisschen was dazwischen Das kannst du dir nicht erzählen Oh Hat dich gesehen, Lenno War schön Oh fuck Das ist ein Quickscope, guck ihn dir an Das war kein Quickscope Check deine Aufnahme gegen, dass du dir das auch eingeguckt hast Hab ich nicht Äh, ich, das ist dein Problem Wie Hitmaker, wie? Hitmaker Hab dich noch nicht mal gesehen Hast du nicht? Doch, doch, hab ich Ficker Ficker Aber ich kann aus der Einposition nicht auf dich schießen, weil du Unpassend standest Okay Äh! Das war richtig gut gemoved, Junge Richtig schön hingelegt Boah, genau, Alter Er spiel, er spiel wie so ein komischer Typ, Alter Nein Hä, dieses scheiß Wurfmesser Das ist Drecks Unnötig, Alter Ja War nötig, sonst hättest du ja getroffen Ha, ha, ha Du bist selten lustig, ne? Nein, renn nicht weg Von wen? Von mir Du bist doch gar hinter mir Ich war gerade hinter dir Ne, bist du nicht Jetzt hast du mich gesehen, was? Nein Ficker Ha, 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 ha Komm zurück Ah, scheiße Boah, der Hardscope, Jogi Der holt dich wieder Dein Hardscope, ne? Du kannst nur Hardscope, Diggi Mhm Wo bist du gespawnt? Auch da hinten Ist doch ne Lüge Geht nicht doch gerade stepen Was? Ach stimmt, ich hab ja gar keine mehr Los, step step Ich kann das hier aber null zuordnen, bevor ihr das kommt Voll nervig Und weißt du, wo ich bin? Nein, weißt du es? Ich weiß, wo du bist Wo bist du denn? Ich hab nicht gefragt, wo ich bin Ich weiß auch, wo ich bin, ich hab immerhin gesch- LOL Das fand ich beabsichtigt Ich wollt ja, wenn du wegwerf' Hahahaha 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 Lennu Jo Ich hab, ich Du bist ne Wichser Hahahaha Wohin hat er gelegen Ich wusste es ja wirklich nicht Das war, Reiner, das war Reiner Zufall Ohohohoho Hahahaha Er hat Reiner Zufall gesagt Ah fuck, Alter Das war auch wieder der Hardscope of Doom Ja Hahahaha Hahahaha Nate war Bombe Was? Nate war Bombe Plant mal Bombe Nate war Bombe Was? Was schützt du jetzt schon wieder da oben? Tut doch gar nicht Jetzt guckst du gerade wo ich bin Meinst du die hilft dir bei dem Verderben? Hahahaha Hahahaha Scheiße Hahahaha 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 Das war Es war, es war so dämlich, weißt du Es war so dämlich, weißt du Ja, warte mal, egal Weißt du, ich schmeiß die Smoke, ne? Ich schmeiß... Ne, warte mal, warte mal Und zwar Pass mal auf, und zwar Ich hab die Smoke geschmissen, ne? Dann Dann hab Dann hab ich dich steppen hören hinter mir, ne? Ich bin rumgelaufen mit nem Wurfmeister in der Hand, ne? War genau hinter dir Du bist grad nach oben geklettert Ich bin hinterher geklettert Schmeiß das Wurfmeister Das fällt... Es fliegt vorbei, weißt du? Du Du gehst nach links Ich schieße Treff nicht Hahahaha Und dann messer ich dich Ja Da musst du in der Aufnahme sehen Das ist so... Das ist so behindert Wie war das kein Hit? Was? Waa?! Hahahaha 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 WTF.. Alter Wat?! Hahahaha Das ist Wurfmesser! Das ist geil, oder? Das ganz oben bist du auf jeden Fall nicht Und der war nice Ja, der war echt nice Ich weiß gar nicht, warum du diesen Jump die ganze Zeit failst Ich auch nicht Warte, jetzt müsstest du da spawnen Nein, dann müsste ich spawnen Ja, bist du Was? Easy Waffe war drauf Natürlich hab ich geschossen Genau wie jetzt Junge, Junge, Junge Ich war da nicht drauf Nein Kannst du meinen Wurfmesser eigentlich aufnehmen? Nein Ja Hartscope Ja Was? Ich hab den Jump einfach nicht Ich hab den Jump einfach nicht gesehen, Junge Ich krieg den Jump nie hin, Digga Ja Dafür muss man ja auch gekonnt sein, zweimal zum W zu drücken Was zu drücken? Zweimal W Okay Ich hoffe, den glaubst du mir nicht Ich hoffe, den glaubst du mir nicht Ich hoffe, den glaubst du mir nicht Hä Hä, wo? Ah, der hat sich hingelegt, Digga Echt jetzt? Ja Ist halt nicht so einfach, ne? Damit klar zu kommen, wenn man Ich muss gegen die Sonne schießen Ich muss gegen die Sonne schießen Ich seh nix Ich seh nix Ich seh nix Ey, das ist richtig schwer, Digga Ohne Spaß Ich seh nix Halt shot Ich seh nix Locker bist du wieder da oben, Alter Nicht petzen Wie immer Na, wo bin ich? Was? Was ist das für ne Messertacke? Was ist das? Was ist das? Digga, was ist das? Weißt du, auf einmal beschleunigt er, äh Keine Ahnung, auf Mach 2 Weißt du Easy Mach 2, Digga What the fuck, Alter Ja Locker hast du's Puck drinne, ne? Mein Bruder und sein Kumpel, äh Ne Nuke Mit der Internationer spielt Okay Was damn pretty easy Karim, du alte Nazi-Sau-Kapilie Doch endlich Karim Karim Du sau Ja Ich stell mich jetzt in die Smoke Und du bist schon wieder am Campern Ich bin nicht am Campern Doch, bist du Nein Von hier, wo ich chill, kann man die ganze Fast die ganzen Maps sehen Fast Steps Was? Aber ich... Aber? Ich kämpf doch nicht Hä, wie kommst du darauf? Weil ich dich einfach nicht sehe Hä, wie siehst du mich nicht? Ich kann nicht sehen Du kannst mich überhaupt nicht sehen Na, völlig Nein, kannst du nicht Ja Du bist sicher, dass ich nicht kann? Ja Du bist weder schon tot? Hä Alter, wo kämpst du jetzt mal ehrlich? Nein Nein Echt jetzt? Ja WTF, Digga Ich zeig dir, wie man da oben den Camper hat Ich wollte nicht campen Nein, nein Ich hab mich da nur in die Ecke gehockt Um zu sehen, was man doller macht Ich 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 camp nie, Digga Der Hardscope ist real Ja, du scopes nur noch hart, ne? Ja, ich scope nur noch hart Ja, ich scope nur noch hart Musst du im Weg machen Quickscope, aber Ja, Quickscope, dann kurz im Scope bleiben Wird etwas verlängert Im scope bleiben Und dann abdrücken Ja Wieso bist du runter gesprungen? Bin ich runter gesprungen? Ich hab die Ja I walked over the edge Fahr nicht mal drauf, aber gut Man, Alter, ich versuch dir grad zum no scopen Okay Ja, last nice, ne? Ja gut, ja, stimmt Der letzte muss natürlich schon heftig sein, ne? Oh nein, bestimmt dir Ich hab ne Nate, keine Waaah Fuck Was? Ich hatte ne Nate Kein Wurfmesser Mann, Alter, ein no scope geht hier einfach nicht Doch geht Dann halt so Ich hab dir doch schon letzte Runde irgendwie drei no scopes gegeben Ja, ich hab dir in vier Runde auch schon ein paar no scopes gegeben Und mich als last nice Ja, doch, doch Dann auch noch ein hardscope, Alter Der hardscope erlabert die warme hardscope Auf jeden Fall schöne Runde Äh, Leute Dauert 20 Minuten, Alter Ja Und Leute, wenn es euch gefallen hat Dann lasst doch mal einen Daumen nach oben da Und wenn nicht, dann lasst einen Daumen nach unten da Richtig Wenn wir was ändern sollten Dann schreibt's in die Kommentare Richtig Und wenn Karim mal gegen mich gewinnen sollte Smash den Like-Button Dann trainiert er vielleicht irgendwann mal Ha, 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 ha Ja, auf jeden Fall, Leute Wir sehen uns beim nächsten Video Haut rein, ciao Peace Bis zum nächsten Mal